Sie bieten Ihren Kundinnen ja einen ganz speziellen Service an. Ja. Viele Frauen sind sich nicht sicher, was für einen Busen sie eigentlich möchten. Deshalb haben wir Busen-Dummis anfertigen lassen. Verona Feldbursch? Nein. Trage Modelle, damit die Frauen die Brüste Probe tragen können. Unser Modell Small. Englisch. Die Größe Medium. Extra large. Das Modell well done. Viele Socken, die nun mögen es gerne. Gut durch. Carola hat ja jetzt diesen Gutschein. Was würde sie dafür kriegen? Was? Ja, was? Da fragen Sie nicht, was? Ein Busen ist keine Sache. Fragen Sie, wen? Ein Busen ist wie ein Mensch. Er ist wie ein kleines Baby. Nur umgekehrt, er trommelt erst gegen den Mauch, wenn er alt ist. Aber wenn Sie nur ein kleines bisschen nachhelfen mit ein, zwei Kissen, dann bleibt er immer straff und gesund. Ein Busen ist etwas fürs Leben. Herr Mommsen. Ich brauche keinen. Ich brauche keinen. Und ich Band erweredet nichts. Ich bin aufmis. Ich bin bei mir. Ich bin神 Ronsch. Ich bin bei diri. Bis zum nächsten Mal.